Hallo, Rick. Kriegst du mit, was gerade in Thailand passiert? Da stecken ein paar Kids in der Höhle fest. Wir sind auf einer Liste von Rettungstauchern. Das ist eine Höhle für Turins. Sie sieht so leicht aus, aber wenn sie geflutet ist, ist sie unpassierbar. Höhlen tauchen ist speziell. Dafür muss man geschaffen sein. Dazu muss man ein bisschen verrückt sein. Alles sehr, sehr gefährlich. Bei dem hohen Wasserstand und der schlechten Sicht. Kaum Schulterbreit. Müsst ihr euch gegen starke Strömungen nach vorne ziehen. Wir führen vor, lauter Metroit. Soll ich kurz nach der Flugfronten? Ruhe! Zuletzt vor neun Tagen gesehen, sitzen die zwölf Jungen mit ihrem Trainer in der gefluteten Höhle fest. Hallo! Hey, da sind sie. Wie viele seid ihr? 13. 13? Sie sind alle am Leben. Ah, können wir jetzt rausgehen? Wir reden hier von einem Tauchgang von 5 Stunden. Wer denkt, er kann mit den Kindern den ganzen Weg durchtauchen? Der bringt einen Haufen Leichen raus, sonst nichts. Hi! Willi, 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 Willi! Während der Sauerstoff knapper wird, sorgt sich die ganze Nation darum, wie es weitergeht. Was denkst du gerade? Nur so eine verrückte Idee. Du hast eine Fähigkeit, die sonst keiner von uns hat. Nein. Das ist Wahnsinn, das ist unethisch, das ist illegal. Ein Mann ist bereits tot, Altman. Wenn wir nichts machen, bringen wir sie hier ganz sicher tot raus. Sie wollen, David, sagen, dass Sie Opfer erwarten? Ja. Ich erwarte Opfer. John, alles klar? Alles bestens. Ich brauche nur einen Moment. Bitte. Okay. Ist machbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 oder wieENDen? 599. DUME deep. Ich hatte keinen Spaß.